KUTAN Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiker Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Der Neubau von Sozialwohnungen im Rhein-Pfalz-Kreis kommt voran. Bei einer Baustellenbesichtigung haben sich die Mitglieder der Verbandsversammlung des Kreiswohnungsverbandes Rhein-Pfalz die Arbeiten im sozialen Wohnungsbau angeschaut. Derzeit werden vier Neubauprojekte umgesetzt, um auf die gestiegene Nachfrage im Kreis zu reagieren. Wir waren in Schifferstadt vor Ort und haben mit Landrat Clemens Körner ein Interview zur aktuellen Lage geführt. Nach einer zwölfjährigen Pause haben wir uns jetzt vor zwei Jahren entschlossen, wieder sozialen Wohnungsbau mit Neubauten. Wir haben ja 1950 Wohnungen und das ist jetzt einer der ersten Objekte, die auch jetzt bald bezugsfertig sind, wo wir im Landkreis jetzt wieder sozialen Wohnungsbau mit Neubauten dann auch errichten. Und das ist, denke ich, auch ein schönes Objekt und man zieht es eigentlich gar nicht an, weil man immer so denkt, sozialer Wohnungsbau, das müsste man dann dem anziehen. Aber das sieht man also auch hier, ein bisschen mit Farbe zu spielen, bringt auch ein schönes Bild in den Straßenablauf. Wer kann das mieten alles? Das sind unsere Bürgerinnen und Bürger, die dann nachweisen können und dürfen und auch müssen, dass sie also dann quasi einen Anspruch haben auf den sozialen Wohnungsraum. Weil das ist natürlich auch subventioniert von Geldern des Landes, da ist ziemlich viel Geld auch von Fördergeldern reingeflossen. Und somit ist auch die Miete, die Miethöhe ist gedeckelt. Und das ist natürlich klar, das ist nicht freier Wohnungsbau, sondern da muss man quasi den Wohnberechtigungsnachweis dann erbringen.